Ob ganze Firmen oder ganze Städte, immer wieder hört man in den Medien von Cyberangriffen, die alles lahmlegen. Persönlich sind wir vor Angriffen nicht sicher. Wenn ich da allein an mein E-Mail-Postfach denke, da schaffen es mittlerweile Phishing-Mails nicht nur in meinen Junk-Mail-Ordner, sondern sogar in meinen normalen Posteingang. Das Thema Sicherheit wird immer größer. Kein Wunder also, dass auch die niederösterreichische Firma Antares Netlogix immer größer wird. Und dass wir Ihnen jetzt nicht einen CEO vorstellen, sondern gleich zwei. Ja, und hier sind die beiden, Alexander Graf und Jürgen Kolb. Normalerweise, ich habe es ja gerade schon erwähnt, stellen wir immer nur eine Persönlichkeit vor. Aber bei Ihnen ist es etwas anderes, weil Sie sind ein tatsächliches Tandem. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt und wie ist dann die Geschäftsidee entstanden? Ja, also wir haben uns 1987 in der selben Schule getroffen, in der Handelsakademie in Amstetten, haben dann gemeinsam maturiert natürlich nach fünf Jahren, haben dann auch teilweise das Bundesheer gemeinsam gemacht in Amstetten zu Beginn und haben dann auch in derselben Stadt in Linz studiert, eben Informatik und ich Betriebswirtschaft. Und haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren natürlich und haben aber dann wieder näheren Kontakt gehabt. Und der Alex hat dann eben die Idee gehabt, sich selbstständig zu machen, nachdem er bei zwei Firmen schon gearbeitet hat. Und dann haben wir über dieses Thema gesprochen, was für mich vollkommen neu und fremd war. Und wir haben dann gesagt, wir probieren es. Aber in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren, da war ja, sagen wir mal, IT-Netzwerk etc., das war ja alles noch sowas, was man so, ja, das haben wir, wahrscheinlich brauchen wir das, aber vielleicht auch nicht. Wie kamen Sie damals schon auf die Idee, sowas zu machen? Weil es war ja eher lästig als etwas, was man braucht. Das stimmt. Das war auch vom Timing her nicht perfekt, weil die Dotcom-Blase gerade geplatzt war. Das heißt, die Euphorie war eigentlich vorbei bei dem Thema. Aber ich hatte das Glück, bei einer internationalen Firma, der Generative IT Solutions, als Consultant tätig zu werden, ein Jahr lang, österreichweit, und habe da sehr viel an Themen mitgenommen, was große Firmen brauchen, was deren Prioritäten sind. Und da ist auch das Thema einfach einmal meine ITV zu überwachen, war sehr wichtig. Und da habe ich die Idee mitgenommen. Und dann ist eben diese Firma, die ja immer größer wird, entstanden. Vielleicht einmal zum Unternehmen. Was genau machen Sie, kurz gesagt? Ja, wir haben eigentlich drei Schwerpunkte. Das eine ist die EDV-Sicherheit, also die Sicherheit der Infrastruktur. Das zweite ist die Verfügbarkeit, dass natürlich alles immer läuft, wird auch immer wichtiger, weil die Firmen immer mehr Richtung 24x7-Betrieb gehen. Und das dritte ist dann generell die Betriebsübernahme oder Teilbetriebsübernahme. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die EDV 24x7 läuft. Und der Kunde muss sich darum nicht kümmern, vor allem nicht in den Randzeiten. Aber wenn ich jetzt an Firmen denke, die sensible Daten haben, an ganze Produktionslinien, die ja bei einem Hackerangriff, bei einem Cyberangriff tatsächlich lahmgelegt werden können und wo man teilweise nur noch mit Bitcoin-Zahlungen rauskommt. Sowas darf ja auch nicht passieren. Wie schützen Sie auch so große Firmen? Durch Prävention natürlich auf der einen Seite. Das heißt, je früher wir involviert sind, umso besser ist es natürlich. Man kann dann Systeme installieren, man kann Penetration-Tests durchführen, wo man eben schon die Schwachstellen herausfindet und dann die Löcher stopft sozusagen. Und es gibt dann eben laufende Betreuung und es gibt für jedes Problem auch wieder individuelle Lösungen und Konzepte auch. Es ist ja nicht nur die Software, die passen muss oder das Tool, sondern auch die Prozesse müssen passen, die organisatorischen Maßnahmen müssen passen, die Compliance muss passen. Und es sind viele Punkte und Querschnittsthemen, die es da abzuarbeiten gilt, dann kann man auch sehr große Infrastrukturen unterstützen. Penetration-Tests, das klingt so niedlich. Eigentlich hacken Sie die Firmen. Also Sie hacken die mit Absicht und gucken, ob sie reinkommen. Und meistens kommen sie rein, oder? Genau so ist es. Also wir hacken nur im Auftrag, das möchte ich noch einmal betonen. Das heißt, wir haben auch eine Lizenz zum Penetrieren mit, von dem Kunden natürlich auch. Das kann auf klassisch auf technischer Ebene sein, das kann aber auch ein Social Hacking sein, wo wir einen Auftrag bekommen, zum Beispiel Eindringung in den Serverraum, wo die Grundjuwelen lagern, ohne eigentlich eine Autorisierung zu haben, also sehr spannende Ansätze. Die Idee dahinter ist, wenn wir reinkommen, möglichst schnell, wird der Hacker auch nicht viel Zeit brauchen dafür. Das heißt, wir wollen gemeinsam mit dem Kunden einfach die Zeit nach oben schrauben, die ein potenzieller Hack nun brauchen würde, unter dem Motto, wie beim Nachbarn, wenn ich sicher bin, meine Türen und meine Fenster, dann wird er sich eher zum Nachbarn hinwenden, zu seinem Haus mit 20 Jahre alten Fenstern, wo vielleicht noch eines gekippt ist. Das heißt, das macht dann auch wirklich richtig Spaß, auch für die IT-Jungs und Mädels bei Ihnen in der Firma, oder? Wenn man da wirklich mal versuchen kann, wie komme ich da rein und wie mache ich es dann wieder sicherer, dass ich dann noch einen anderen Weg brauche, um reinzukommen? Genau, es ist vor allem so natürlich, wenn man den Kunden auch schon kennt oder schon öfter auch penetriert hat, wird es natürlich immer schwieriger. Dann macht es ein Kollege vielleicht, der wieder andere Wege findet, aber es ist sehr viel Kreativität auch gefragt, hier neue Wege zu finden, um einzudringen und man muss auch den Kunden sehr gut natürlich kennen und das Vertrauen auch haben von ihm. Dann ein weiterer Themenkomplex ist die künstliche Intelligenz und da haben ja viele Menschen auch die Befürchtung, dass die irgendwann auch mal unsere Systeme komplett übernehmen könnte. Stichwort Terminator. Skynet. Wie kann man auch sowas absichern, dass die künstliche Intelligenz immer noch den Mensch braucht, damit man irgendwas macht? Also wie immer, wie jede Technologie kann sie für gut und für böse verwendet werden und das ist immer die spannende Frage. Es ist ein Wettlauf, möchte ich fast sagen. Die einen werden es verwenden, eben jemanden anzugreifen, die anderen werden es wieder verwenden, um sich abzusichern, um eben sogenannte Anomalien zu erkennen, dass hier jemand versucht anzugreifen. Aber es geht immer, wie immer, wenn wir uns solche Technologien beschäftigen, mit Maß und Ziel. Und man muss auch entscheiden, für was es eingesetzt werden darf und für was nicht. Trotz alledem möchte ich noch einmal festhalten, künstliche Intelligenz heißt Machine Learning. Das heißt, es wird etwas gelernt, sehr schnell gelernt, viel schneller als der Mensch kann. Aber alles, was ich noch nie gesehen habe, ist neu. Das heißt, das System ist in keinem Fall unfehlbar. Also wenn Sie sich jetzt noch abschließend mal zehn Jahre nach vorne katapultieren könnten, wo geht die Reise hin für die Firma Antares, aber auch in dieser Welt, die ja so schnelllebig ist? Das iPhone kam erst 2007 auf den Markt und heute sind wir in ganz anderen Sphären. Also wie wird sich die Welt weiterentwickeln und wie wird sich Antares weiterentwickeln? Also ich denke, der Unterschied ist, früher hat man gesagt, ich habe als Bank zum Beispiel ein großes Rechenzentrum, da baue ich sehr viel Personal, da wird das betrieben. Man sieht es jetzt schon in Zukunft, kaufe ich Services zu. Von wem auch immer. Und dann wird es eben der durchsetzen, der die Verfügbarkeit und Sicherheit garantieren kann. Wir sehen das auch bei uns. Wir gehen immer mehr in Richtung Betriebsführung für die Kunden, aber immer unter dem Aspekt möglichst hohe Verfügbarkeit, aber eben auch möglichst hohe Sicherheit. Und ich glaube, in die Richtung wird es sich weiterentwickeln. Der Kunde konzentriert sich auf sein Kerngeschäft, er macht die IT-Strategie, das ist auch ganz wichtig, und hat dann zwei, drei, vier oder mehr Partner, auf die er sich verlassen kann für die jeweiligen Teilbereiche. Ja, seit Corona sehen wir, dass sich die Dynamik wieder verstärkt. Die Jahre vorher war es nicht so dynamisch, die IT muss man sagen. Aber seit Corona hat sich sehr viel getan. Also es hat er mit dem Homeoffice und so begonnen, mit dem dezentralen Arbeiten. Und man sieht jetzt auch, dass sich da sehr viel tut, auch im Security-Umfeld, auch von den Regularien her, gerade auch in Deutschland, von der EU her, dass da wirklich jetzt vom lockeren Umgang mit der Security jetzt wirklich zu einem wirklichen Interesse auch, dass man das sieht, dass da auch die Gesetze folgen und auch sehr konkret sind und die teilweise auch die Kunden überfordern, weil sie innerhalb von zwei, drei Monaten jetzt was tun müssen. Aber es wird eher wieder schneller werden, glaube ich. Also Ihnen wird jetzt nicht Angst und Bange, wenn Sie an die Zukunft denken im IT-Bereich? Wenn ich mir überlege, dass es in Deutschland irgendwie eine Million Menschen braucht, um Cyber Security in der Politik oder in den Behörden abzusichern, die finden wir nie und nimmer. Vollkommen richtig. Und jetzt sind wir wieder beim Thema KI und Automatisierung. Das heißt, ich muss schauen, dass ich effizienter werde, die Prozesse automatisiere. Aber es wird immer noch die reale Intelligenz dahinter benötigt, zu verifizieren, ob das, was da jetzt genau passiert, auch wirklich richtig ist. Das ist unser Ansatz. Eine Kombination aus KI und realer Intelligenz. Da wollen wir die Kunden unterstützen. Es ist auch wichtig, dass die Architektur von vornherein schon passt. Also die Netzwerk, die Infrastruktur muss einmal gut geplant sein, dann kann ich mir im Nachhinein schon viele Probleme ersparen und muss nicht so viele Löcher stopfen. Und die technologischen Schulden muss ich in den Griff bekommen. Wenn es Firmen gibt, die stolz sind, seit 20 Jahren nichts investiert zu haben, dann werden sie auch nicht moderne Infrastrukturen betreiben können. Und moderne Hardware und Software bietet die Möglichkeit eines hohen Automatisierungsgrades. Das muss ich dann nutzen, weil, so wie Sie sagen, das Personal werden wir nicht bekommen, das wir gerne hätten. Alle miteinander nicht. Es muss skalieren sozusagen. Also was für 1.000 Mitarbeiter funktioniert, muss auch dann für 10.000 funktionieren können. Und da muss man eben schon Erfahrung haben, die Prozesse haben, die Software haben. Dann ist es leichter, wenn man auf einmal mit 10.000 Mitarbeitern umstellt. Dann bin ich gespannt, wie es bei Ihnen mit 10.000 Mitarbeitern irgendwann aussieht. Vielen Dank, Jürgen Kolb, Alexander Graf. Das war ein sehr schöner Moment mit Ihnen. Danke. 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 Danke.